Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Regi, man nennt mich auch Regi Bang. Und damit begrüße ich euch herzlich zu meinem Zucht-Tutorial zu Pokémon X und Y und zu Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Ich habe es lange angekündigt gehabt und jetzt ist es endlich soweit. Hier ist mein Zucht-Tutorial zur sechsten Gen von Pokémon. Pokémon. Zuallererst möchte ich mich auch den Leuten vorstellen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Ich bin Regi, auf YouTube auch bekannt als Regi Bang und spiele Pokémon seit der ersten Generation, sprich seit Pokémon Rot, Blau und Gelb. 2006 habe ich dann begonnen, das Spiel auf einem höheren Level zu spielen. Damals, das war ungefähr am Ende von Pokémon Smaragd und zu Beginn von Diamant und Perl, habe ich das Spiel erstmal auf einem Simulator gespielt und auch strategische Kämpfe ausgetragen. Natürlich war es mir nicht genug, nur auf einem Simulator zu spielen und deswegen musste kurzerhand auch mein DS drunter leiden. Sprich, ich habe auch in der vierten Gen damit angefangen, Pokémon erstmals competitive zu züchten. Denn damals habe ich natürlich nur die Top-Pokémon gezüchtet. Sprich, es war vielleicht eine Anzahl von 20 Pokémon, die ich mir selber gezüchtet habe. Seit X und Y, beziehungsweise seit der sechsten Generation generell, ist es aber sehr einfach geworden, Pokémon zu züchten, weswegen ich dann auch begonnen habe, Pokémon in Massen zu züchten. Es blieb dann aber nicht nur bei den Kämpfen. Seit der vierten Generation lade ich auch Wi-Fi-Kämpfe auf YouTube hoch. Und nach all den Jahren kann ich immer noch sagen, Pokémon ist und bleibt ein tolles Spiel und ist wirklich ein Spiel für jedermann und nicht nur für Kinder. Was ihr insbesondere nach diesem Video bestimmt merken werdet. Das waren die persönlichen Daten, die ich euch gerne noch erzählen wollte, bevor ich mit dem eigentlichen Video beginne. Über eine positive Bewertung im Vorhinein würde ich mich sehr freuen, da in diesem Video sehr viel Zeit und Aufwand steckt. Vielen Dank! Falls ihr irgendwelche Fehler finden solltet, könnt ihr mir die natürlich gerne in die Kommentare schreiben und ich werde versuchen, sie dann in Form von Anmerkungen nochmal passend ins Video zu ergänzen. Bevor es mit dem Züchten losgeht, müssen wir erstmal einige Begriffe klären, die ihr bestimmt schon mal gehört habt, aber nicht so genau wisst, was die überhaupt bedeuten. Den Anfang machen wir hierbei mit den Defaults oder auch ausgesprochen Determinant Values. Diese werden vielerorts oder auch in Englischsprachigen Foren bevorzugt als Ivies abgekürzt, was eigentlich einfach nur ein Synonym dafür ist und für Individual Values steht. Die DVs kann man grob auch als Gene eines Pokémon bezeichnen. Nach dem Erhalt eines Pokémon können diese Werte auch nicht nachträglich verändert bzw. beeinflusst werden. Die Werte werden rein zufällig festgelegt. Bei wilden Pokémon schon beim Treffen, bei Eiern erst nach Erhalt des Eis, aber vor dem Schlüpfen des Eis. Die Verteilung der DV-Werte geht pro Statuswert von 0 bis 31. Auf Level 100 entspricht ein DV-Punkt ungefähr einem Statuspunkt. Das heißt 0 DV-Punkte in HP wären 0 Punkte auf Level 100, die zusätzlich zum HP-Wert hinzukommen und 31 Punkte wären dann hingegen 31 zusätzliche KP-Punkte, die auf Level 100 zum KP-Wert dazukommen. Die DV-Verteilung ist zusätzlich sehr wichtig für die Kraftreserve. Zum Thema Kraftreserve kommen wir später in diesem Zuchttutorial nochmal genauer zu sprechen. In der 6. Generation gibt es aber einige Ausnahmen, die von der zufälligen Verteilung der DV-Punkte ausgeschlossen sind. Pokémon, die in der 6. Gen gefangen worden sind und nicht zuchtfähig sind, haben mindestens auf 3 Statuswerten 31 DVs. Zu diesen Ausnahmen zählen beispielsweise auch legendäre Pokémon, die in der 6. Gen gefangen worden sind. Aber auch Baby-Pokémon fallen unter diese Regel. Hier nochmal ein schönes Beispiel dafür, wie sich DV-Punkte auf Level 100 genau auswirken. Weiter geht es mit den EVs oder auch ausgesprochen Effort Values. Die EVs werden in-game auch Fleiß-Punkte genannt. Jedes Pokémon hat maximal 510 EV-Punkte zu verteilen. Diese 510 Punkte können dann beliebig auf die Statuswerte eines Pokémon verteilt werden, haben jedoch ein Maximum von 252 pro Statuswert. Auf Level 100 entsprechen 4 EV-Punkte gleich einem Statuspunkt. Jedes besiegte Pokémon gibt 1 bis 3 EVs auf einem oder sogar auf mehreren Werten. Die EV-Punkte nehmen direkt Einfluss auf einen Wert und nicht erst nach einem Level-Up. Im Gegensatz zu DVs können jedoch EVs durch bestimmte Mechaniken im Spiel neu verteilt werden. Wie die EV-Punkte in etwa verteilt worden sind, kann man sehr gut im Super-Trainingsbildschirm nachsehen. Die EV-Verteilung. Items wie die Federn geben je nach Art ein EV-Punkt nach ihrer Benutzung. Dann gäbe es dabei beispielsweise noch die Vitamine, wie Protein oder Caramon. Diese geben 10 Punkte auf einen Wert, sind dann aber natürlich auch dementsprechend teuer. Außerdem haben auch die Vitamine ein Limit von 100 EV-Punkten. Das heißt also, bei 100 verteilten EV-Punkten ist auch für die Vitamine Schluss. In X und Y gibt es auch noch die Saft Bar. Zu der kann ich aber leider nicht so viel sagen, da ich die noch nie benutzt habe. Aber sie stellt auch wieder eine Option dar, um EV-Punkte zu verteilen. Eine weitere sehr gute Möglichkeit, um EV-Punkte zu verteilen, ist das Super-Training. Dazu gibt es in-game sogar ein gutes Tutorial und es macht nebenbei sogar Spaß. Die schnellste und gleichzeitig effizienteste Methode, um EV-Punkte zu verteilen, ist jedoch das Training durch Kämpfe. Dazu kommen wir sogar im nächsten Oberpunkt genauer zu sprechen. Man kann EV-Punkte aber auch resetten oder einfach nur senken. Das funktioniert ganz einfach mit bestimmten Bären. Diese werden in-game sogar ausgeschildert und senken einen bestimmten Wert um satte 10 Punkte. Um die kompletten EVs zu löschen, kann man auch einen Tabula-Rasak im Super-Training benutzen. Dieser löscht ganz einfach und effizient sämtliche EV-Punkte, die auf einem Pokémon verteilt worden sind. EV-Verteilung mit Training Jedes Team-Inglied, das Erfahrungspunkte nach Besiegen eines Pokémon erhält, bekommt EVs. Das gilt natürlich auch für Pokémon auf Level 100, auch wenn das bei denen nicht angezeigt wird. Welche Pokémon jetzt natürlich welchen EV-Punkt verteilen oder welche EV-Punkte, hängt natürlich von Pokémon zu Pokémon ab. Generell steht das aber in den meisten Online-Pokedexen. Man muss halt nur suchen. Ich empfehle hierfür beispielsweise für deutsche Seiten Pokéfans oder auch Poké-Wiki. Wenn ihr auch englischsprachig unterwegs seid, könnt ihr auch gerne Seribi ausprobieren. Falls ein Pokémon aber den Pokerus drauf hat, verdoppelt sich für das Pokémon sogar die Anzahl der erhaltenen EV-Punkte. Das ist sehr praktisch und beschleunigt nochmal zusätzlich das Verteilen der EV-Punkte. Auch das Machu-Band verdoppelt die Anzahl der erhaltenen EV-Punkte für den Träger. Macht-Items, wie das Machtgewicht oder die Machtkette, geben nach jedem besiegten Pokémon plus 4 EVs auf den für ihnen bestimmten Wert. Dabei ist es egal, was für EV-Punkte das besiegte Pokémon gibt, plus 4 auf den bestimmten Wert gibt es immer. Der Pokerus und die Macht-Items bzw. das Machu-Band stacken sich sogar. Das heißt, man kann beide sogar zusammen benutzen, um noch größere Mengen EV-Punkte auf einem Pokémon zu verteilen. Hier mal ein paar Beispiele. Wenn ein Pokémon das Machu-Band trägt und zusätzlich den Pokerus hat und ein Pokémon besiegt, das ein EV-Punkt gibt, gibt das Pokémon nicht ein EV-Punkt, sondern satte 4. Man nimmt den 1-EV-Punkt, nimmt ihn mal 2 für das Machu-Band, dann nochmal das Ergebnis mal 2, also 2 mal 2 und man kann auch 4 Punkte. Bei den Macht-Items sieht es etwas anders aus. Wenn man ein Pokémon besiegt, das ein EV-Punkt in der HP gibt und dann zusätzlich noch das Machtgewicht und den Pokerus drauf hat auf einem Pokémon, sind das ein EV-Punkt, plus 4 für das Machtgewicht und dann das Ganze mal 2. Die Punkt-vor-Strich-Regelung, die man normalerweise aus der Mathematik kennt, gilt hier dann nicht. Ich verlinke euch in der Beschreibung und hier als Anmerkung nochmal ein weiteres Video von mir, indem ich nochmal auf das Thema EV-Training eingehe. Basiswissen zur Zucht. Jedes Pokémon gehört zu einer oder zwei Eigruppen. Eine Übersicht dazu findet ihr in jedem guten Pokédex, ich lasse euch aber am besten nochmal einen Link in der Beschreibung da. In der Regel können nur Pokémon derselben Eigruppe gepaart werden. Das Baby, das dabei rauskommt, ist stets das gleiche wie die Mutter. Dito kann jedoch mit fast jedem Pokémon gepaart werden. Auch Pokémon mit neutralem Geschlecht, wie zum Beispiel Magnetilo, können dank der Paarung mit einem Dito eher bekommen. Das Baby von einem Dito und einem männlichen Pokémon ist das gleiche wie der Vater. Legendäre Pokémon außer Manafee können keine Eier machen, auch wenn sie ein Geschlecht haben. Ein Dito gepaart mit einem Dito, Icognito, Nidorina, Nidoqueen und alle Baby-Pokémon sind zuchtunfähig. Zusätzlich dazu schlüpft jedes Pokémon unterschiedlich schnell aus einem Ei. Auch hierzu hat man eine sehr, sehr gute Übersicht auf guten Pokédex-Seiten, wie Poké-Wiki oder auch Poké-Fans. Link hierfür auch wieder in der Beschreibung. Nun kommen wir zur Grundausstattung, die ihr vor dem Züchten auf jeden Fall mitnehmen solltet. Eine ganz wichtige Sache, die ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist, dass ihr ein Pokémon mit Flammkörper oder Magma-Panzer in eurem Team habt. Dadurch schlüpfen eure Eier nämlich doppelt so schnell. Das beste Pokémon, das diesen Job meiner Meinung nach erledigt, ist Fiaro. Fiaro kann nämlich zudem auch noch Fliegen erlernen und kann halt als Ability Flammkörper haben. Wichtig ist zudem, dass ihr mehrere Synchro-Pokémon mit unterschiedlichem Wesen habt. Dies ist wichtig, falls ihr ein neues Pokémon züchten wollt, was ihr noch gar nicht habt. Wenn ihr nämlich ein Pokémon an erster Stelle habt, das Synchro als Fähigkeit habt, könnt ihr beim Encountern eines Pokémons mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Pokémon, dem ihr gerade begegnet seid, dieselbe oder selbe Wesen hat wie euer Synchro-Pokémon, das ihr gerade an erster Stelle führt. Zudem solltet ihr mehrere Ditos mit unterschiedlichen Wesen und oder unterschiedlichen DV-Punkten bei euch führen. Das ist auch wieder sehr wichtig und erspart euch bei der Zucht einige wichtige Schritte, zu denen wir später noch kommen. Der wichtigste Schritt, zu dem wir jetzt kommen, ist, dass ihr auf jeden Fall einen Ewigstein und einen Fatum-Knot mit euch führt. Das ist extrem wichtig und auch der wichtigste Schritt zum Züchten von Pokémon mit guten DVs überhaupt. Natürlich solltet ihr die Pokémon-Liga schon besiegt haben und den Zugang zum Kampfresor, sprich zur Pensionen erhalten haben. Am besten solltet ihr auch noch alle Macht-Items haben. Dies ist nicht ganz so wichtig wie alle Schritte davor, aber das kann euch auch in diversen Situationen auf jeden Fall noch eine Hilfe sein. Okay Leute, und jetzt sind wir in der Live-Section, denn nachdem wir das ganze theoretische Zeug durchgearbeitet haben, ist es noch eine ganz gute Abwechslung, dass wir jetzt auch nochmal ein bisschen In-Game-Material haben. Und ich werde euch jetzt die ganzen letzten Details und Feinschliffe perfekt zeigen, und zwar live. Besser geht's auch nicht, ne? Ja, Leute, also die letzten Voraussetzungen, oder die Grundvoraussetzungen sind wir ja mittlerweile auch durchgegangen. Und deswegen zeige ich euch jetzt erstmal mein einziges Teammitglied, das ich aktuell mit mir führe. Und das ist Firefly, mein Fiaro, und das hat natürlich Flammkörper als Fähigkeit, ja? Und es kann fliegen, was halt immer ganz gut ist, das heißt, ihr habt ein Pokémon, das sowohl fliegen kann, als auch die Fähigkeit Flammkörper hat, und das ist schon ziemlich praktisch in manchen Situationen. Und das halt alles nur in einem Team-Slot. So, wir gehen jetzt erstmal komplett durch, wie man ein Pokémon gut züchtet. So, ich zeige euch jetzt nochmal hier die Grundvoraussetzungen live. Ich habe euch ja gesagt, ich habe zum Beispiel eine Box mit ganz, 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 ganz vielen Abras. Und, äh, Moment, die Abras sind hier. Beziehungsweise Simsa, die haben sich teilweise auch entwickelt. Und die haben alle Synchroals-Fähigkeit und ein anderes Wesen. So, Leute, ich habe das Thema Wesen, glaube ich, noch gar nicht besprochen, aber dazu kommen wir jetzt auch nochmal. Hier, das Buch hat ein Wesen. Und das Wesen sehen wir dann halt, äh, wo war das jetzt? Hier, genau, auch schon hier in dem Screen. Screen, Verzeihung. Oder war es hier in dem Screen? Ne, wir sehen es hier. Das ist das Wesen. Beispielsweise dieses Abra hat ein Wesen, das Solo ist. Und dann können wir jetzt an der Hand oder Hand der Statuswerte sehen, dass es in einem Wert einen 10-prozentigen Boost hat, in einem anderen einen, ja, 10-prozentigen Nachlass, sage ich mal. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, das Rot markierte ist der Boost und das Blau markierte ist dann halt, ja, das Minuswesen. Ja, Solo ist dann zum Beispiel ein Wesen, das gibt Plusangriff, Minusverteidigung, sehen wir. Und es gibt insgesamt meine 27 verschiedene. Eine Auflistung findet ihr auch wieder in der Beschreibung. Also immer schön einen Blick reinwerfen. Und ich habe halt ganz, ganz viele von denen. Und wie schon gesagt, das ist immer ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel ein Pokémon haben wollt, es irgendwo in der Wildnis fangt und dann halt mit Abra an eurer ersten Stelle seid. Oder halt generell mit einem Pokémon mit der Fähigkeit Synchro. Ja, dadurch habt ihr eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel mit diesem Abra das Pokémon, das ihr fangt, dann halt auch das Wesen froh hat. Und kann euch dann nämlich einen Zwischenschritt ersparen, indem ihr dann nicht das Wesen vererben müsst. So, das ist aber nur am Anfang wichtig. Ihr könnt diesen Schritt eigentlich auch überspringen. Und falls ihr das Pokémon schon gefangen habt, könnt ihr dasselbe eigentlich auch mit Ditos machen, mit verschiedenen Wesen. Und dazu kommen wir jetzt sofort. Also ich habe ein Pokémon vorbereitet und das ist das Absol hier. So, wir gehen jetzt erstmal alles Schritt für Schritt durch. So, was sehen wir denn jetzt hier an diesem Absol? Die ist Absol, hat erstmal ein mutiges Wesen. Das passt nicht. Also im Laufe der Zucht wollen wir dieses mutige Wesen, das gibt by the way Plus-Angriff und Minus-Initiative, das ist nicht gut für Absol. Wir wollen eben unserem Absol ein frohes Wesen geben. Genau, ein frohes Wesen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und dazu kommen wir dann erstmal gleich. Die ist Absol hat zudem noch die Fähigkeit Redlichkeit. Das ist die versteckte Fähigkeit von dem Absol. Die wollen wir drauf behalten. Die ist nämlich die brauchbarste auf Absol. Und ja, damit wären wir nämlich auch bei der Vererbbarkeit von versteckten Fähigkeiten. Besteckte Fähigkeiten können nämlich seit der 6. Gen vererbt werden, Leute. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Aber nur, oder eigentlich größtenteils wirklich nur mit der Zucht mit Ditto. Wenn man ein Pokémon, das ein männliches Wesen hat, mit Ditto-Part, hat man glaube ich eine 40-prozentige Chance, dass die Hinden-Ability dann auch vererbt wird, bei einem männlichen Pokémon. Wenn das Pokémon weiblich ist, hat man sogar eine 60-prozentige Chance, dass das Wesen vererbt wird. Nicht das Wesen, das zeigen, die Ability, sprich die Redlichkeit, die Hinden-Ability. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin mir sicher, so was am Anfang gelesen zu haben. Wenn das nicht richtig ist, könnt ihr mich gerne darauf hinweisen. Dann werde ich da jetzt gleich eine Anmerkung reinhauen. Okay. Ganz wichtig ist zudem bei diesem Absolut, wie gesagt, die Hinden-Ability. Und die wollen wir vererbt kriegen. Ja. Ihr könnt die Hinden-Ability auch vererbt kriegen, indem das weibliche Pokémon die Hinden-Ability habt und ihr das halt mit dem männlichen Pokémon-Part. Dann kann die Hinden-Ability, wie gesagt, auch vererbt werden. Aber wenn es halt mit Ditto gepaart wird, dann halt nur zu dieser Prozent-Chance. Okay. Dann hätten wir das... Wobei, wartet mal, ich muss nochmal nachschauen. Ich schaue am besten nochmal nach. Da bin ich mir jetzt gerade sogar selber nicht sicher, wie das mit der Hinden-Ability war. Ähm... Okay, Cut, 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 Leute. Ich habe mich an dieser Stelle sogar selber verwirrt. Und ist es tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Also nehmt mich da beim Wort alles okay. So wie gesagt, wir waren bei Absol stehen geblieben. Ganz, ganz, ganz wichtig jetzt bei Absol. Absol ist zudem auch noch die DV-Verteilung. So, die DVs. Wir haben die EVs besprochen, Leute. EVs sollte jetzt, glaube ich, schon klar sein. Aber DV-Vererbung haben wir noch nicht angesprochen. Und das ist jetzt der springende Punkt. Die DVs, wir wollen perfekte Pokémon haben, wisst ihr? Die von Anfang an schon perfekte DVs haben. Und da ist natürlich Absol jetzt, ähm, gefragt. Also wir sehen jetzt bei diesem Absol. Dieses Absol ist ein Zuchtress. Sagen wir, ihr habt das von einem Freund bekommen. Oder was weiß ich was, ja? Und wir sehen jetzt gerade, dieses Absol hat hier unten diese Symbole. Unter Absol, seht ihr die? Warte, ich klicke mal jetzt drauf. Hallo? So. Die kann man nämlich ändern, indem man drauf drückt. Und, äh, es hat hier in der zweiten Reihe das schwarze Symbol, einmal schwarz ausgefüllt und das vorletzte. Diese Symbole deuten um die Statuspunkte wieder. Der Punkt ganz vorne, der Kreis, ist die KP. Das Dreieck ist der Angriff. Das Viereck ist die Verteidigung. Das Herz ist der Spezialangriff. Äh, der Stern ist die Spezialverteidigung. Und das Karo ist die Initiative. Also eigentlich relativ einfach. Und das sollen halt, sollen halt die Statuswerte darstellen. So. Voll ausgefüllte Punkte, oder diese voll ausgefüllten Symbole, stehen jeweils dafür, dass dieser Wert 31 DVs hat. Wenn ihr also mal ein Punkt, wo ein Wundertausch bekommen habt, das solche Markierungen hatte, sind die Werte, die dann halt, äh, je nach Stelle markiert worden sind, auf 31. Dieses Absolat hat dann also nach unserer Tabelle, Dreieck war der Angriff, 31 Spezial, äh, 31, äh, Angriff-DVs. Ganz, ganz wichtig. Und der Stern steht dann halt für die Spezialverteidigung. Hat zudem auch noch 31 Spezialverteidigungs-DVs. Zwei Werte auf 31. Und wir wollen am Ende ein Absolat haben, das, äh, alles außer den Spezialangriff auf Maximum hat. Und das ist doch mal eine gute Voraussetzung. Pokémon, die, oder andere Leute, die züchten gerne Pokémon, und die Zuchtreste vertauschen sie dann weiter. Und so ein Absol könnte jetzt zum Beispiel ein Zuchtrest sein. Das ist ja auch auf Level 1. Aber wie fangt ihr am besten an, wenn ihr halt nicht so ein Absol habt? Das ist auch wieder ganz einfach zu beantworten. Bei X und Y gab es ja die guten alten Kontaktsafaris. Ja, in der Kontaktsafari hat jedes Pokémon, was er dort gefangen hat, zwei Werte fix auf 31 gehabt. Ganz, 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 ganz wichtig, ja. Dort könnt ihr nämlich gute Basis-Bokémon finden, mit denen ihr dann später weiterzüchten könnt, ja. Ähm, weiter geht es dann halt, äh, oder ein Omega Rubin und Alpha Saphir gibt es die Kontaktsafari nicht. Wie macht ihr das dort am besten? Ganz einfach, mit dem Dexnav. Jetzt zeige ich mal eben den Dexnav. Ähm, Wartet, der Dexnav ist nämlich so ein Ding, das hier unten dann gezeigt wird. War das jetzt noch gleich, es müsste der hier sein. Oder das hier sein. Das ist jetzt das Pokédexnav, ja. Das ist das, womit ihr arbeitet. Damit, das wird euch am Anfang des Spiels auch erklärt, wie das genau funktioniert. Und dann hat man auch manchmal so diese Potenzialanzeige. Die Potenzialanzeige zeigt euch je nach ausgefüllten Stern an, wie viele Werte dieses Pokémon, was euch gerade oder als nächstes begegnet, auf 31 hat. Ganz, ganz wichtig. Damit kann man nämlich auch wieder gute Pokémon als Basis oder als Grundbasis fangen, ja. So, ich habe ja eben auch noch das Thema versteckte Fähigkeit angesprochen, Leute. Und dann komme ich nochmal auf die versteckte Fähigkeit zu sprechen. Wie bekomme ich denn jetzt ein Pokémon mit einer versteckten Fähigkeit? In der nächsten Episode gab es die Kontaktsafaris. Pokémon, die man in der Kontaktsafari gefangen hat, können unter Umständen eine versteckte Fähigkeit da haben. Ähm, in Hordenkämpfen können bestimmte Pokémon auch nochmal ihre Hidden Ability haben. Zu einer bestimmten Prozentschance. Ich weiß gar nicht um 40%, aber auf jeden Fall ist es in Hordenkämpfen auch möglich, dass das Pokémon die Hidden Ability hat. Und in Oras ist es auch wieder möglich, dass Pokémon in der... oder die ihr mit dem Decksnuff sucht oder fangt, auch wieder die Hidden Ability haben können. Und das wird euch sogar unten angezeigt, bevor ihr diesem Pokémon, das oder als nächstes begegnen könnt, begegnet. Und zwar wird das dann halt mit dem Ausruhzeichen markiert. Da steht er halt für die Hidden Ability. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr ein Pokémon mit einer Hidden Ability haben wollt, habe ich auch aber zwischendurch mal angewendet in Pokémon Omega, Robin und Alpha, Saphir. Und das ist auch eine recht schnelle Methode. Also da bekommt ihr das Pokémon bestimmt so in 10, 15 Minuten. Also dauert... also maximal 10, 15 Minuten. Dauert wirklich nicht lange. Und generell ist das mit dem Decksnuff eigentlich recht angenehm. So, ich glaube, damit hätten wir dieses Absol jetzt eigentlich sogar schon komplett fertig. Zuchtattacken wollen wir noch keine haben. Vor allen Dingen, weil das Absol männlich ist. Wenn wir Zuchtattacken draufhaben wollen, soll das Absol auch noch weiblich sein. Also, was ist jetzt also unser erster Schritt? Wir nehmen jetzt dieses Absol, packen uns ins Team und suchen uns eins unserer Ditos, was passt, was dazu passt. So, wir hätten da jetzt beispielsweise, was passt dazu? Das hier. Das 6x31DV-Dito. Das ist ziemlich gut. Das habe ich von einem Freund bekommen. Und wirklich, Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, an ein 6x31DV-Dito zu kommen, holt euch das. Ja? Diese werden in diversen Tauschforen online angeboten. Und diese bieten halt wirklich die beste Dito-Bars überhaupt an, um halt Pokémon zu züchten. Das ist halt insbesondere ganz, 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 ganz wichtig, weil ich gleich noch mal was zur DV-Vererbung sagen werde. Ich kann jetzt aber anstelle von diesem Dito noch ein anderes nehmen. Ich kann zum Beispiel, ich suche jetzt noch einen mit einem frohen Wesen, damit wir das Wesen schon mal vererbt bekommen. Leider habe ich keins, das ist ein bisschen schade. Das heißt, wir nehmen das 6x31Dito. Und, ja, das sollte eigentlich passen. Generell solltet ihr wirklich ein Dito nehmen, was auch schon irgendwelche DVs hat oder sowas in der Art auf 31. Bietet sich an. Dito gibt es nämlich in der Kontaktsaffarien X und Y zu fangen. Und dort haben wir, wie wir wissen, Dito oder generell Pokémon, die wir gefangen werden. Immer zwei Werte fix auf 31. So, Leute. Jetzt kommen wir zu dem Thema mit dem Ewigstein und dem Fatum-Knoten. Ganz, ganz wichtig. Also, wir wollen, dass das Baby, was jetzt Absurd und dieses Dito bekommen, dass das ein frohes Wesen hat. Der Ewigstein sorgt dafür. Der Ewigstein sorgt jetzt nämlich dafür, dass das Pokémon, das das Item jetzt bei der Zucht trägt, sein Wesen zu 100% an das Baby weitervererbt. Da wir jetzt auch ganz, ganz viele Absurds haben wollen, die dann halt ein frohes Wesen haben, geben wir jetzt unserem Dito den Ewigstein. Das heißt also, wir haben jetzt zu 100% garantiert, dass wir bei der Brut, die jetzt zwischen Absurd und Dito da rauskommt, dass die Absurds alle ein frohes Wesen haben. 100% Garantie. So, jetzt kommen wir zum Fatum-Knoten und das ist wirklich das Item, was das Züchten in X und Y-Salon extrem einfach gemacht hat. So, normalerweise, wenn wir jetzt nicht das Fatum-Knoten und den Fatum-Knoten benutzen, wird ein DV-Wert von unserem Absurd eins von dem Dito und das dritte wird dann random zwischen irgendwie beiden per RNG ausgewählt und diese drei Werte, also eins von Absurd, eins von Dito und eins von irgendeinen der beiden, was ganz zufällig ist, wird dann an das Baby weitergegeben. Das klingt an sich schon echt viel. So, aber wisst ihr was? Wie wäre es denn, wenn wir jetzt aus diesen drei Werten Satte 5 machen? Das Fatum-Knoten besagt nämlich, wir passen jetzt zwei Werte, oder die V-Werte von dem Absurd, und zwei von dem Dito fix weiter, aber das war es noch nicht. Und dann, der fünfte, der wird dann wieder ganz zufällig ausgewählt. Kann jetzt ein dritter von Absurd sein oder ein drittes von Dito. Es wird auch auf das Baby weitergegeben. So, okay, schön und gut, denkst du dir. Und, ja, das ist auch unglaublich nice, wirklich Leute. Diese Ergänzung, die gab es vorher nicht, die gab es jetzt nur in den Spielen, in Omega Rubin, Alpha Saphir und Oras. Und deswegen schmeißen wir jetzt die beiden auch in die Pension. Dito und Absol. Und dann wollen wir ganz, 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 ganz viele Babys von denen haben. So, was haben wir jetzt fix garantiert? Dank des Ewigsteins wissen wir, ey, richtig, da kommt jetzt auf jeden Fall, oder die Absols, die dort jetzt rauskommen werden, die haben auf jeden Fall ein Frohs Wesen. Und die werden auf jeden Fall in irgendeiner Form mindestens einen, wird auch 31 haben, oder sogar zwei, weil der zwei dank des Fatum Knotens von Dito weitergegeben werden. Und deswegen suchen wir jetzt eigentlich, äh, nach einem Absol. Ja, okay, die beiden scheinen sich zu vertragen. Das ist jetzt ganz wichtig. Es kann jetzt ein bisschen dauern, bis die beiden erstmal, ähm, Eier bekommen. Deswegen fahren wir jetzt hier einfach mal rum. Zwischendurch reden wir dann halt immer mit dem Kind. Und der kann ich mir noch ein bisschen erzählen. Und, ah, da, du wirst es nicht glauben, deine Pokémon haben ein Ei und wir wollen das Ei natürlich haben. So, ich mache das jetzt in der Regel immer so, ich fahre so lange rum, bis ich, äh, fünf Eier habe. Ja, das ist halt das Maximum, was wir tragen können. Ich zeige euch mal den unteren Bildschirm jetzt eben. Wartet. Das ist das Maximum, was wir haben können. Hallo. So, Moment. Zack. Wir haben jetzt ein Ei mit uns und dann halt unser Fiaro. Und, äh, jetzt sind sogar zwei Eier und so lange machen wir jetzt die ganze Zeit weiter, bis wir satte drei Eier haben. Joa, und dann gucken wir mal weiter. So, aber das Wichtigste ist jetzt halt, wie gesagt, mhm, dass wir die Pokémon aus den Eiern kriegen, dass sie ein großes Wesen haben. Das, das, das ist fix. Und dann haben wir auf jeden Fall zwei Werte, wir wissen nicht, welche zwei Werte, aber die werden zwei Werte auf 31 haben. So, und wisst ihr was, ich, äh, will nicht, dass ihr jetzt die ganze Zeit hier rum wartet, deswegen werde ich, glaube ich, an dieser Stelle am besten einen Cut setzen. Okay, Leute. So, da wären wir, wie wir jetzt, oder wie ihr jetzt anhat, das unteren Bildschirm seht, habe ich jetzt satte fünf Eier in meinem Team. Perfekte Ausbeute. Somit kann ich jetzt erstmal anfangen die halt auch auszubrücken und wisst ihr, wie wir das perfekt machen? Wir benutzen, oder wir fahren jetzt nicht direkt los im Kreis und so weiter und so fort und Gottes Willen, wir benutzen jetzt nämlich die O-Kraft, wartet mal, Brutkraft. So, wie das funktioniert, woher ihr die Brutkraft bekommt, die, äh, auch nochmal die benötigten Eichschritte, senkt, das könnt ihr auch nochmal, äh, oder da verhält ich auf jeden Fall nochmal eins meiner Videos rein verlinken. Auch wieder sehr, sehr interessant, wie man die Brutkraft bekommt. Und auch eine der wichtigsten O-Kräfte, wie ich finde, für kürz einfach nochmal das, und, äh, das Beste ist nur, Leute, ihr denkt euch jetzt, ihr müsst jetzt die ganze Zeit rumfahren und so weiter und so fort, aber nein, ihr könnt jetzt irgendeinen Button benutzen, ja, und, ich zeige euch jetzt eine Route, die ziemlich geil ist. Also, wir stellen uns jetzt hier in die Ecke und drücken jetzt einfach das Steuerkreuz nach oben und wir halten das Steuerkreuz nach oben jetzt einfach die ganze Zeit gedürmt. Ja, wir fahren jetzt nämlich einfach komplett um die Insel und drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Perfekt, Leute. Also, man könnte meinen Game Freak hat hier an die Spielerbasis gedacht, die ihre Pokémon züchten und hat einfach diese Route hier aus Prinzip eingeführt und es ist einfach nur geil, Leute. Wirklich, ich drücke die ganze Zeit nur aufs Steuerkreuz nach oben und unser Protagonist fährt die ganze Zeit im Kreis herum. Das ist unglaublich gut, unglaublich nice und ja, ich weiß nicht, es ist entspannt, Leute. Ihr könnt ja jetzt zum Beispiel irgendwie nur so einen Button draufklemmen oder ihr könnt das einfach machen, während ihr nebenbei Fernseher schaut. Okay, wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Wenn ihr nebenbei eine Serie schaut, wenn ihr nebenbei ein Anime guckt oder wenn ihr, was weiß ich, auf dem Balkon sitzt und euch gerade den Sternenhimmel anschaut, ihr könnt das einfach immer schön nebenbei machen. Ihr müsst eigentlich nur zwischendurch immer mal wieder auf A drücken, wenn ich ein Ei schlüpfe und das war's. Und wisst ihr was, Leute? Ich werde jetzt erstmal schnell fix die 5 Eier ausbrüten und dann hören wir uns wieder. Okay, Leute, da wären wir. Ich habe derweil alle Absols schön ausgebrütet, was sehr gut ist und wir sind jetzt gerade in einer Situation, in der ich euch jetzt gleich mal zeigen werde, dass diese Wesen oder dass das Wesen aller Absols froh ist. Damit haben wir den perfekten Beweis, das Wesen wird dank des Ewigsteins zu 100% vererbt und diese Absols haben teilweise Redlichkeiten und teilweise wiederum nicht. Das ist alles RNG-abhängig, wie ich schon gesagt habe, also der Random Nama Generator, also ganz vom Zufall abhängig, ich sag mal so. Und ja, wir haben jetzt Absols, die das bessere Wesen haben oder das angepasste Wesen haben und die zudem halt auch noch ihre hittene Wille, die wir halten haben. So, jetzt wollen wir aber noch abchecken, ob vielleicht eins dieser Absols sehr gute DV-Werte hat. Wie machen wir das jetzt am besten? Ganz einfach. Wir gehen in das Pokémon Center im Kampfräsort und sprechen den Ast-Trainer um rechts an. Dieser kann nämlich unsere Pokémon beurteilen und ich gebe Ihnen jetzt zum Beispiel mein Absol ganz vorne. Was sagt er jetzt dazu? Er sagt, dieses Pokémon fügt über überdurchschnittliches Potenzial. Sein größtes Potenzial liegt wohl im KP, in Angriff, in Verteidigung. So, das heißt also, in diesen drei Werten, ich muss das noch mal zeigen, warte mal. Wir gehen jetzt noch mal auf dasselbe Absol und ich zeige euch jetzt noch mal, was dieses Absol so drauf hat. Warte mal. Er sagt, überdurchschnittliches Potenzial, KP, Angriff, Verteidigung und er sagt zusätzlich, darin kann sich niemand mit dem Wessen messen. Dieses darin kann sich niemand mit dem Wessen ist ein Urteilspruch. Das zeigt, dass diese Werte alle drei gleichzeitig auf 31 sind. So, was werden wir jetzt also in dieser Situation machen? Wir nehmen das Absol und markieren es. Zack, Angriff, KP und Verteidigung. Sehr gut. Alle auf 31. Perfekt. Ja, geht aber noch besser. Wir wollen nämlich ein Absol, das auf KP, Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative 31 hat. So, wir nehmen also das nächste Absol und geben das wieder dem Typen und er soll es abchecken. Also, Richterspruch mein Freund, bitte mal beurteilen und zwar das nächste Absol. So, zu diesem Absol sagt er jetzt, weit über dem Durchschnitt, okay, Größpotenzial, Angriff, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Initiative. Sogar vier Werte auf 31. Seht ihr? Daran kann sich niemand mit ihm messen. Sehr praktisch und ihr braucht wirklich tatsächlich diese, darin kann sich niemand mit ihm messen. Wenn da nicht steht, darin kann sich niemand mit ihm messen, dann habt ihr keinen Wert auf 31 und dann lohnt es sich auch nicht, wirklich mit dem Pokémon weiter zu züchten. Es sei denn, ihr wollt das, die versteckte Fähigkeit davon an ein Baby übertragen oder sowas in der Hand. Aber es lohnt sich in der Regel nicht, damit weiter zu züchten. So, gucken wir mal. Dieses Absol, großen und ganzen akzeptabel, klingt schon mal nicht so besonders. Angriff, Spezialverteidigung, nee. Also das optimalste wäre, wenn der Angriff und die Spezialverteidigung von dem Absol in unserer, äh, oder in der Pension übernommen werden und dann der Angriff und dann der Angriff, die, äh, Verteidigung und die Initiative von den D2. Es ist sehr viel vom Glück abhängig, aber, ja, eigentlich, müssen wir jetzt eigentlich nur hoffen, dass vielleicht eins der anderen, nee, eigentlich sind die, die da hinten sind eigentlich jetzt unnötig, weil wir mit denen sowieso nicht weiter züchten können, da wir unbedingt die Hidden Ability brauchen. Aber das ist jetzt gerade sowieso eigentlich eher unnötig, dass wir mit denen weiter züchten oder mit den, äh, Pokémon, die wir jetzt haben, weiterbreeden, da ich euch im nächsten Schritt eigentlich was anderes zeigen wollte. Da hätte ich jetzt ein Absol und ein weibliches Absol gebraucht. Haben wir aber leider nicht. So, das heißt also, ich werde jetzt offscreen erstmal ein weibliches Absol holen. Okay, Leute, da wären wir jetzt wieder und ich hab's gemacht. Ja, ich hab weitergezüchtet, bis ein Absol rauskam und dieses Absol ist jetzt weiblich und hat zusätzlich noch die Hidden Ability und ja, die Tatsache, dass es weiblich ist, war extrem wichtig, Leute. Warum, werde ich euch gleich erklären. Denn bei der nächsten oder beim nächsten Punkt geht es um die Vererbbarkeit von Attacken. So, als allererstes muss ich noch einen Punkt ergänzen. So, also, was ganz lustig ist, dass dieses Absol, was wir jetzt gerade bekommen haben, im Angriff, in der HP und in der Initiative 31 Punkte hat, meine ich. Das ist ziemlich geil, aber es hat ein ganz, 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 ganz großes, lustiges Problem und da gehen wir jetzt in diesem Absol und sehen, überdurchschnittliches Potenzial, KP, Angriff und Initiative. Das heißt also, die drei sind bei 31, darin kann sich keiner mit ihm messen, aber es geht noch weiter. Der Verteidigungswert ist ziemlich schlecht. Wenn der Richter euch das sagt, heißt es, dass dieses Absol in der Verteidigung null TV-Punkte hat. Das ist katastrophal. Das wollen wir auf jeden Fall nicht haben. Also, im nächsten Schritt geht es jetzt erstmal darum, wie gesagt, Attacken zu vererben. So, wenn ihr sehen wollt, was ein Pokémon für Zuchtattacken beherrschen kann, das sind Pokémon, äh, das sind Attacken, Verzeihung, die das Pokémon nur durch Zucht mit einem anderen Pokémon seinem Baby weitergeben kann, dann guckt am besten wieder auf einer dieser Pokémon-Seiten nach. Poké-Wiki empfiehlt sich hier, Poké-Fans, die haben halt immer bei den Angriffen auch die Zucht-Moves oder auf englischen Seiten heißen die auch Egg-Moves und, äh, da guckt ihr nach. Also, in unserem Beispiel, da haben wir ganz nebenbei meine Wasserbox, very nice, in, äh, unserem Beispiel wollen wir jetzt unserem Absol folgenden Move geben. Ich muss nochmal nachschauen, ich hab mir das jetzt extra nochmal hier irgendwo einen Tab aufgemacht. Wir wollen jetzt unserem Absol nämlich Vieländer geben. Absol kann Vieländer erlernen, aber als Egg-Move. Also, Absol ist zusätzlich in der Eingruppe, da gucken wir jetzt mal nach, in der Eingruppe, äh, was steht auch Poké-Wiki? Das ist in der Eingruppe Feld, genau, Eingruppe Feld. Das heißt, wir müssen jetzt Absol mit jemandem paaren, mit einem männlichen Pokémon-Paaren, das Vieländer beherrscht und zusätzlich in der Eingruppe Feld ist. So, was machen wir? Normalerweise müsste man jetzt richtig lange suchen, ne? So, ich hingegen hab schon mal vorgesorgt und wir sehen jetzt schon da unten in der Box, da ist Rihornio. Dies Rihornio ist männlich, ich guck nochmal nach, es gehört auch zur, äh, Eingruppe Monster und Feld, aber es gehört also zu zwei Eingruppen, aber es gehört halt auch zur Eingruppe Feld. Und da haben wir also einen passenden Vater gefunden. Sehr gut, wir werden jetzt nämlich hier dieses, äh, Rihornio, das zusätzliche Pokerus hat, werden wir jetzt mit unserem Absol, ja, züchten. Easy going. So, dafür ist es jetzt wieder ganz, ganz wichtig. Normalerweise müsstet ihr nachschauen, aber Leute, ich empfehle, jetzt gibt's nochmal einen kleinen Banger-Tipp von mir. Ich kann euch die Seite Serie wie empfehlen, Link in der Beschreibung. Dort habt ihr nämlich in, äh, bei den Eggmoves auch geschildert, mit welchem Pokémon ihr es dann detailliert paaren könnt. Man hat jetzt zum Beispiel bei Eggmoves unten Megahorn, ich gehe jetzt auf Details drauf und dann wird mir direkt angezeigt, welche Pokémon in der Eingruppe Feld sind, sprich, die halt mit Absol Paarbar sind und gleichzeitig Viehländer entweder per Leveler belernen oder per Zucht. Das ist sehr wichtig, Leute. Manchmal sucht man sich nämlich dumm und dämlich. Es gibt nämlich Pokémon, die einen Zuchtmove von einem Pokémon bekommen, das selber den Move per Zucht erlernt. Und dieses könnte unter Umständen den Move auch nochmal per Zucht mit einem anderen Pokémon erlernen. Und wenn man das alles separat nachschauen muss, ist das echt anstrengend und deswegen empfehle ich euch dieses Feature von Serie B. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, ob es andere Seite auch haben. Ich finde das aber ziemlich geil und hier sehen wir direkt Parents that learn through Level Up in X and Y in Omega, Rubin und Alpha, Saphir. Möglicher Vater wäre beispielsweise Nido King. Ein Mensch ist Nido King, das Fehlender kann. Ein männliches Galopper, das Fehlender kann. Rihorn, Rizzeros, Rihornior, Fehlender und männlich. Admurai geht auch. Kroniwild, männlich mit Fehlender geht auch. Und ein ein, 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 Bisofunk. Wäre auch ein möglicher Vater. Ein Pokémon, das es zusätzlich noch per Zucht erlernen kann, ist Damiplex. Das heißt, selbst wenn ihr ein Damiplex habt, das Fehlender kann und männlich ist, selbst das könnt ihr mit unserem Absurd fahren. Und ja, das ist eigentlich ganz gut. Und ohne groß drumherum zu reden, nehmen wir jetzt dieses Rihornior und packen es gleich in die Pension. So. Also, ich sage, ich sage nochmal aus, was unser Ziel ist. Unser Ziel ist jetzt wieder ein weibliches Absol. Ja, unser Ziel ist wieder ein weibliches Absol. Das die Hidden Ability hat. Ja, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Das ist halt wichtig, damit wir das Absol, was rauskommt, wieder mit einem Lidu paaren können. Und das werden wir dann halt so lange machen, bis da halt ein perfektes Pokémon rauskommt. Also eigentlich relativ easy. Wie werden wir da jetzt vorgehen? Ich habe jetzt das Dito von eben und das Absol, womit wir das Absol gezüchtet haben, habe ich aus der Box genommen. Und ich nehme jetzt einfach den Ewigstein. Und den Ewigstein könnte ich jetzt sowohl den Rihornior geben als auch Absol. Ich werde es jetzt aber nicht so machen. Ich werde es jetzt nämlich erstmal bevorzugt Absol geben und den Pferd und Knoten gebe ich dann hier, meinen Rihornior. Er ist eigentlich in diesem Fall sogar irrelevant, wem ich was gebe, weil beide ein Prostwesen haben. Aber eigentlich solltet ihr schon wieder den Ewigstein den Pokémon geben. Ja, das ist ein Wesen hier weitervererben wollt. Es ist von mir ein bisschen unachtsam gemacht. Ich hätte jetzt am besten diesen Rihornior ein anderes Wesen geben sollen. Zu Demonstrationszwecken. Aber was soll's? Wir machen es jetzt halt auf jeden Fall erstmal so. Wir geben jetzt das Rihornior und das Rihornior auf die Box. Und dann werden wir jetzt erstmal hoffen, dass vielleicht das Kind, was rauskommt, einfach sogar schon mal perfekt ist. Ich meine, wir haben jetzt ein Pokémon, das 3dv-Wert auf 31 hat und das andere hat 5 auf 31. Also prinzipiell ist die Chance eigentlich sogar höher als eben, dass das Kind, was rauskommt, perfekt ist. Ja, ist natürlich wieder von RNG abhängig. Das heißt also vom Glücksfaktor. Es kann sein, dass wir es beim ersten Versuch direkt kriegen. Ist aber unwahrscheinlich. Ähm, aber gut, wisst ihr was? Wir werden jetzt erstmal so lange weitermachen. Weil ich werde jetzt erstmal wieder skippen. Bis wir unsere erste Zuchtwelle wieder haben. Von daher, Leute, bis gleich. Ne, Leute, hier hatten wir nochmal den Eispruch. Ja, die beide scheinen sich so vertragen. Das heißt eigentlich einfach nur, ähm, die beiden sind miteinander zuchtfähig. Falls ihr nochmal die Bestätigung haben wolltet, da habt ihr sie. So, Leute. Ich hab gezüchtet und die Eier sind jetzt rausgeschlüpft. Und, ja, es sind eigentlich sogar recht gute, glaube ich. Viel männliche, viel weibliche. Erzwinger, ein Mensch mit Redlichkeit, ein weibliches Redlichkeit und, oh, ganz, ganz viele mit Redlichkeit. Und wir sehen, alle haben als Zucht-Ability oder als Zuchtfähigkeit jetzt viel in der. Das ist genau das, was wir haben wollten und das ist perfekt. So, das Gute ist, ab der 6. Jahrhundert ist es auch möglich, dass weibliche Eltern Attacken weitervererben. Das war auch vorher nur den Männchen gestattet. Und das heißt also, wir können jetzt dieses Absol, oder eins der weiblichen Absols mit Redlichkeit, eigentlich haben alle also Redlichkeit, Prinzipiell jetzt sogar weiterzubreden mit einem Pokémon, was männlich ist und eine weitere Zuchtattacke an die Babys weitervererben kann. Das wäre jetzt zum Beispiel, weiß nicht, irgendwas mit Play Rough. Gucken wir mal nach. Ich habe ja diese geile Serie-Vide-Liste, habe ich ja gesagt. Ich würde jetzt beispielsweise Knuddler vererben lassen. Das heißt also, wir würden jetzt eins dieser drei Absols mit einem männlichen Grand Bull zum Beispiel, das Knuddler beherrscht, in die Pension stecken und die Babys, die dann rauskommen würden, die hätten sowohl Vielhänder als auch Knuddler als, ja, Move drauf. Wenn ich das nicht meine. Also sowohl die Mutter als auch der Vater können dann halt die Zucht-Abilities weitervererben. Das war halt in den Gens davor nicht möglich. In der sechsten Gen wurde das aber eingeführt und das finde ich auch richtig gut. Dadurch sind nämlich richtig schöne Kombinationen möglich, wie beispielsweise Aquajet und, also Aquajet Wasserdüse und Bauchtrommel auf, 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 auf Azumerel. Das war vorher nicht möglich, beides zusammen zu spielen, aber seit der sechsten Gen ist sowas möglich. So, also damit sollte ich euch jetzt auch erklärt haben, wie das mit dem Vererben funktioniert. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr wisst Bescheid, wie immer in die Kommentare. Und wir checken jetzt erstmal ab, vielleicht haben wir ja Glück und, oh, herausragendes Potenzial, das klingt schon mal sehr gut. KP, Angriff, Verteidigung, Initiative. Ah, vier Werte auf 31. Ist okay, passt uns aber nicht, wir suchen weiter. Hm, ich weiß gar nicht. Ach, die letzten vier waren es sowieso. Weit über den Durchschnitt, das heißt, dieses Pokémon, ja, hat sowieso nicht die passenden DVs. Ja, wenn ihr sagt, es hat herausragendes Potenzial, kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass auf jeden Fall fünf Werte auf, äh, 31 sind. Sonst eher nicht. So, das war jetzt auch nicht so der Bringer. Wie sieht es aus mit diesem Absol? Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Es hat, äh, weiter in den Durchschnitt, also auch nicht so das, was wir uns erhofft haben. Naja, immerhin vier DVs auf 31. Ist ja auch nicht schlecht. Und gucken wir mal weiter. Absol. Mh, herausragendes Potenzial. KP, Angriff, Verteidigung, Spezialverteidigung und Initiative. Leute, wir haben einen Gewinner. Krass, hätte ich nicht gedacht. Wir haben ein Absol. Mit vier Ländern, mit, äh, einem Flawless Moveset. Perfekt. Werden wir jetzt natürlich markieren. Und damit werden wir jetzt eigentlich eher sogar fertig. Ich gucke nochmal, hat er irgendwie Absol vielleicht Moves drauf, die ich es auf jeden Fall drauf haben sollte. Tiefschlag vielleicht. Aber lernt Absolute Tiefschlag nicht per Zucht. Nee, aber per Move Tutor. Das heißt, es ist eigentlich irrelevant. Ich will jetzt gerade mal gucken. Ist dieses Ding jetzt nicht eigentlich sogar perfekt? So wie es ist? Ja, Leute. Das Absolute ist eigentlich jetzt sogar perfekt. Seht ihr? Wir wären jetzt in diesem Fall sogar fertig gewesen. Äh, wir hätten jetzt natürlich nochmal weitermachen können, indem wir dies absolut mit einem Vater in die Pension stecken, der, äh, Tiefschlag kann. Da würden wir uns die, äh, Gewinnpunkte sparen, die wir dann für den Move Tutor auf, äh, ausgeben. Aber, ja, eigentlich, ihr seht's, wir haben jetzt so, zum Beispiel ein Absol mit den perfekten dv-Werten. So schnell kann das gehen. Das hat mich jetzt vielleicht, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, nicht mal eine Stunde gekostet. Also, zum Verhältnis zu damals ist das schon extrem schnell, wenn ich mich frage. So, das heißt, den Rest können wir jetzt erstmal freilassen. So mache ich es in der Regel, weil ich halt auch teilweise Boxprobleme habe. Aber dieses Absol, werde ich mir jetzt als Erinnerungs-, oder zu Erinnerungszwecken aufheben. Das ist nämlich echt cool. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell klappt. Und ihr habt ja gesehen, Leute, wir haben angefangen mit einem Absol, das kein Zuchtmuffer hatte. Es hatte das falsche Wesen und, äh, was hatte es noch? Es hatte, es hatte nur zwei Werte auf 31 und das ist natürlich zu wenig gewesen. Jetzt haben wir hier ein Flawless Absol. Also, fast Flawless. Nicht schlecht. Äh, das Absol kann ich jetzt eigentlich sogar auch freilassen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Sehr gut. Und, ja, das Dito mit dem Leben hopp. Das waren wir jetzt zu den anderen Ditos. Ja, Leute, zum Thema Dito wollte ich jetzt noch was sagen. Ich empfehle euch wirklich auf jeden Fall Ditos zu holen, die, wie das hier aussehen. Wenn ihr keinen 6er Dito habt, holt euch einen 5er. Wenn ihr keinen 5er habt, holt euch diese 2er oder 3er, denn mit denen ist es viel gemütlicher zu züchten. Und, äh, ja, so schwer ist es jetzt auch nicht einen 6er Dito zu bekommen. Ich meine, ich zeige euch mal das hier. Ich habe einen 6er Dito hier. Ich habe einen 5er Dito hier mit 0 Angriff EVs, was auch ganz, äh, DVs, Verzeihung, was auch ganz praktisch ist. Also, so schwer, an welche ranzukommen, ist es nicht. Ich, äh, habe mir jetzt vorgenommen, je nachdem, wie die Resonanz auf das Video ist, ob viele Leute einen 6er Dito haben oder nicht. Weil ich, glaube ich, in Zukunft immer mal wieder zwischendurch, 6er, eh, DV, Verzeihung, Ditos verlosen, wenn dann auch Interesse eurerseits da ist. Also, ähm, ja, werft auf jeden Fall mal einen Blick in die Beschreibung für meinen Twitch-Channel, wenn ihr da Interesse dran habt in Zukunft, habt ihr ein Auge drauf. Ja, aber ich glaube, zu dem Thema Dito war das jetzt erstmal alles, was ich gesagt habe. Sehr gut, okay, und damit werden wir jetzt eigentlich sogar fast fertig mit dem Tutorial. Mehr sollten, oder braucht ihr in der Regel jetzt gar nicht wissen, um Pokémon mit 31 DV zu bekommen. Aber jetzt machen wir nochmal ein bisschen weiter mit Bonus-Kram, ja? Leute, ihr fragt mich jetzt bestimmt, warum habe ich dieses Libiskus hier? Das ist ganz einfach. In der sechsten Gen kam nämlich noch etwas hinzu, was, äh, nicht zwingend notwendig ist, was aber kosmetische Dinge, oder kosmetische Sachen bezweckt. Es ist einfach nur kosmetischer Natur. So, ich nehme jetzt zum Beispiel die Slibiskus. So. Was ist denn in dem Libiskus besonders, fragt ihr euch? Und, ja, Leute, man kann nämlich in der sechsten Gen ganz, ganz viel lustige Sachen machen. Wir sehen jetzt zum Beispiel links die Pokébälle, also im unteren Bildschirm links die Pokébälle, die ich hier habe. Und die Slibiskus ist beispielsweise in einem Libiskus gefangen worden. Libiskus, Leute, Libiskus ist aus der vierten Gen. Hat man mit einer Aprikoko gewonnen. Das, äh, oder die Mutter von diesem Libiskus, oder die Oma, oder was weiß ich, die Ur-Ur-Ur-Ur-Oma, die kam nämlich aus der vierten Gen und wurde gefangen in einem Libiskus. Man kann nämlich seit der sechsten Gen auch Bälle auf die Babys übertragen. Früher war es so, Baby-Pokémon, die aus einem Ei geschlüpft sind, die kamen immer aus einem Pokéball raus. So, jetzt ist es aber möglich in der sechsten Gen auch diese Bälle auf die Babys weiter zu passen. Das ist insofern möglich, dass ihr, ihr braucht dann halt dafür eigentlich nur das Pokémon, was ihr haben wollt, weiblich zu fangen. Denn nur die Pokébälle der Mutter werden dann weitervererbt. Wenn ihr jetzt ein männliches Pokémon habt und ein Ditto und das männliche Pokémon jetzt ein Liebesball oder ein Liebesball gefangen worden ist, dann wird das nicht weitervererbt. Es wird tatsächlich nur von weiblichen Pokémon weitervererbt. Selbst weibliche Pokémon, die mit Ditto gezüchtet worden sind. Ganz, ganz wichtig und für mich zum Beispiel, für jemanden, der seine Pokémon auch stylisch raushauen will, war das eine richtig coole Neuerung. Und ihr seht es ja zum Beispiel bei diesem Liebeskuss. Das Pokémon wurde gefangen in, oder die Oma, wie gesagt, in der vierten Gen. Und ich kann euch garantieren, ich habe da noch weitere Beispiele, nicht nur dieses Liebeskuss. Ich könnte jetzt dieses Liebeskuss in die Pension stecken, aber ich sage euch mal so, das Ergebnis wird auf jeden Fall ganz, ganz viele Liebeskuss sein, die dann halt in Liebesball rauskommen. Und ja, das ist halt eigentlich egal. Ich meine, wenn ich es euch theoretisch erkläre, passt das ja schon. Ja, und dadurch kann man halt auch kosmetisch die Pokémon raushauen. Es ist deutlich umständlicher, diese Pokémon dann zu züchten, aber es hat dann teilweise echt seine Vorteile. So, ich kann euch zum Beispiel das Beispiel geben, wartet mal, wo habe ich jetzt meine Elektro-Pokémon? Da. Ich habe hier zum Beispiel dieses Voltenzo. Guckt euch das mal an, die ist Voltenzo, Leute. Diese Voltenzo ist tatsächlich ziemlich stylig. Und schaut euch mal an, was zum Pokéball ist gefangen worden. Wartet mal, kann ich das hier irgendwo nachgucken? Achso, das wird mir gar nicht angezeigt. Das wird mir nur hier angezeigt, nämlich an. Oben links, Leute. Wie hieß der Ball, in dem es gefangen worden ist? Ich glaube, es ist ein Schnellball? Hieß der so? Quickball? Nein. Wie hieß der Ball? Ich weiß nicht, was das für ein Ball ist. Ist aber ein besonderer Ball auch aus der vierten Gen. Und ich kann euch garantieren, Leute, wenn ihr Pokémon habt, die mit diesen Aprikoko-Bällen gefangen worden sind, Leute, macht ganz, ganz viele Eier davon und bietet die in Tauschbörsen an. Das müssen weibliche Pokémon, sein, die dann halt, oder die Kinder sollen am besten Weibchen sein, mit denen dann halt die Leute, denen ihr die Pokémon schickt, weiter tauscht. Mit denen die Pokémon, ne, mit denen die Trainer, denen ihr die Pokémon schickt, weiter züchten können. Diese Dinger sind sehr gefragt unter Pokémon-Sammlern, die ihre Pokémon auch noch hübsch gestalten wollen. Faules Pokémon, die in solchen Bällen gefangen worden sind, sind sehr begehrt, aber auch die einfach Zuchtreste von den Pokémon mit zwei, drei DVs, die aber weiblich sind und dann halt in Sint-Bällen gefangen worden sind, sind sehr beliebt. Das heißt also, wenn ihr eins von denen habt, Leute, ist ne Goldgrube, wirklich. Also mit denen könnt ihr in Tauschgruppen schon recht viel verlangen. So ein kleiner Geheimtipp von mir und diese sind unter Sammlern halt sehr gefragt und es sieht halt echt stylisch aus. Ich gucke gerade, habe ich da noch ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, wartet mal hier, ich kann jetzt zum Beispiel bei den Gestein-Pokmonen reingehen. Wo ist das? Geowatz. Guckt euch das mal an, Leute. Das Geowatz ist auch gefangen in einem Schwerball. Das Problem ist, bei diesem Geowatz, ich kann es halt leider nicht mehr weiter, oder ich kann den Kindern von diesem Geowatz jetzt nicht mehr den Schwerball weiterbegeben, weil es halt männlich ist. Aber wenn es weiblich gewesen wäre, man könnte es tatsächlich nochmal runterhauen auf die Kinder und diese seinen Tauschbörsen anbieten. Sind sehr gefragt, wie gesagt, und das kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Sehr, 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 sehr guter Geheimtipp von mir, wenn ihr mich fragt. So, was ich euch noch sagen wollte jetzt zu guter Letzt an Bonusmaterial, wo ich auch immer wieder gefragt werde, es sind zum Beispiel diese Dittus. Jetzt fragt ihr euch ein bisschen, was ist an diesen Dittus so besonders, Regi? Wasser, Feuer und Eis. Das, Leute, sind Dittus, mit denen ich, früher jedenfalls, Kraftreserven auf meine Pokémon gehochen habe. Wir wissen, wir kennen alle Kraftreserven, Kraftreserven in Strategie, sehr guter Move, kann unterschiedliche Typen annehmen. Und welcher Typ die Kraftreserve hat, das hängt dann tatsächlich sogar davon ab, wie die DV-Verteilung eures Pokémon ist. Ich kann euch zum Beispiel das, oder eins meiner Greninjas zeigen, weil ich mir bei der EV-Verteilung nicht sicher bin. Was war das? Ich glaube, das hier war es. Genau, es war das hier. Dieses, ähm, Greninja hat zum Beispiel die Kraftreserve Feuer. Da sehen wir an der EV-Verteilung. 31 Angriff, 30, ne, 31 HP, DVs, 30 Angriff, 31 Verteiligung, 30 Spezialangriff und 31 Spezialverteilung und 30 Speed ist der Split für Feuer. Oder einer der Splits. Ist einfach der beste Split, sag ich mal, für Feuer. Und wenn ihr halt eins, äh, der, oder wenn eins euer Pokémon dann halt auch die passende Kraftreserve haben sollte, solltet ihr auf jeden Fall mit den passenden DV die Toastbreeden. Ja, zum Beispiel jetzt hier Feuer. Ich hab's nicht markiert. Sollts am besten markieren. Zack, zack. Markieren wir mal. Das ist jetzt das Feuer, die Toastbreeden. Und das tue ich dann halt mit einem 5DV-Pokémon, auf dem ich die Kraftreserve Feuer drauf haben will, in die Pension und hoffe dann halt einfach, dass die passenden Werte weiter vererbt werden. Nämlich die 3,30er Werte von, von Ditto beispielsweise. Ja, wisst ihr, wisst ihr, was ich meine? Also es ist schon recht kompliziert, aber ich sag's mal so, ich kenn mich mit denen soweit eigentlich auch nicht mehr so gut aus. Ihr braucht auf jeden Fall solche Ditto's, mit denen geht's recht einfach. Und, äh, ja. Mit den Macht-Items geht's auch noch ganz gut. Kann euch vielleicht noch was zu den Macht-Items erklären. Aber mit diesen Ditto's, die werden auch in so Tauschbörsen angeboten, äh, kann man Kraftreserven eigentlich am besten auf eure Pokémon weitergeben. halt auch noch in Kombination mit dem Fahrtup-Knoten, damit ihr halt auch den richtigen Split trifft. So, wenn ihr dann halt das Pokémon habt, müsst ihr nach Baumhausen City und ich glaub, im zweiten Haus rechts vom Pokémon Center sind da diese drei Omis drin und die sagen euch dann, welche Kraftreserve euer Pokémon-Ehalt halt auch hat. Also, falls ihr Kraftreserven züchtet wolltet. Das ist so das wichtigste Darts. Aber es ist kompliziert, Leute, und es ist eigentlich nicht von Nöten und Hand aus Herz, es dauert sehr lange und ohne diese Ditto's kommt ihr da höchstwahrscheinlich gar nicht dran ran. Vielleicht schickt ihr die Pokémon an irgendeinen Freund, Bekannten, der solche Ditto's hat und der kann euch was dann eventuell machen. Oder ihr holt euch halt irgendwelche Zuchtreste mit Kraftreserve und Flawless-DVs aus Tauschbörsen. Das ist so das Einzige, was ich mal mitgeben kann. Aber generell Kraftreserven züchten würde ich persönlich nur mit den passenden Ditto's. Ansonsten ist es echt anstrengend. So, okay, ich dachte eigentlich, das war's jetzt, aber wie gesagt, mir ist das nochmal mit den Macht-Items eingefallen. Macht-Items, Leute. Macht-Items. Ich sag euch jetzt mal das Beispiel. Macht reicht, macht gut, macht Band. Okay. Wenn ich jetzt einem Pokémon, weil ich, 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 ich gebe euch mal folgendes Beispiel. Ich muss ja erstmal die Pokémon von der Box holen. Ich hab da ja nicht von der Box. Ich hab jetzt zum Beispiel das Absurd da drin und ich hab das Rihornio da drin. Wenn ich jetzt einen bestimmten Wert zu 100% verteilen will, gucken wir uns mal eben schnell das Absurd an, ich brauch das eben. Wo ist das Absurd? Das ist Absurd. Das Absurd hat jetzt, wie gesagt, drei Werte auf einen Reich gehabt, ne? Genau. Also, wenn ich jetzt einen bestimmten Wert auf das Baby übertragen will, ja, dann kann ich jetzt zum Beispiel eins der Macht-Items nehmen. Dies Absurd hat jetzt zum Beispiel, wie was? 30, einen Reich, Angriff, einen Reich, ab die Initiative, genau. Okay. Ich will jetzt dem Baby auf jeden Fall vom Vater den Verteidigungswert geben, also von Steven Storn an. Zack. Und dann gebe ich halt dem Absol noch passender zu den Vatum-Knoten. Und jetzt kann ich garantieren, dass von den zwei Werten, die dort von Rihornio jetzt übertragen werden, auf jeden Fall die Verteidigung übertragen wird, dank des Machtgurts. Also, die Verteidigungs-DVs, die werden auf jeden Fall jetzt auf das Baby von diesen beiden Pokémon geschickt. Dank des Vater und Gnomens halt auch. So, der zweite Wert, der von Rihornio weitergegeben wird, ist dann wieder rein zufällig abhängig. Die zwei Werte von Absol natürlich auch. Und der fünfte Wert, der ist dann natürlich wieder von einem der beiden. Ist halt auch wieder von Zufall abhängig. Das Problem ist jetzt natürlich, richtig, wir haben keinen Ewigstein mehr drauf. Das heißt, das Baby von den beiden wird dann halt auf jeden Fall ein random Wesen haben. Das heißt, das Machtgurt oder Machtgurt generell, oder die Machtitems, sag ich mal, sind halt zum Beispiel in Fällen wie Trick Room Teams, sehr praktisch, indem man halt von Anfang an einen Pokémon durch ein Ditto zum Beispiel, das dann halt den Macht, ich weiß gar nicht, was war das? Speed Team? Ja, das ist Machtitem für Speed, ja. Nehmen wir halt den Ditto, das 0 DVs auf Speed hat, das Machtitem für Speed gibt und dann halt dem Pokémon, was rauskommen soll, nochmal an das Fatum Knoten. Denn dann garantiert man, dass das Baby auf jeden Fall 0 Initiativ-DVs hat und mit denen kann man dann halt später weiterarbeiten. Ist halt wie gesagt für Trick Room Teams ganz wichtig und damit kann man halt gezielt zum Beispiel diese 0 DVs weiter verteilen, ohne dass man dann halt von RNG abhängig ist. Jo, und ich glaube tatsächlich, Leute, das ist alles, was ich euch auf den Weg geben kann. Wenn ihr noch Fragen habt, Leute, schreibt die mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, wenn euch irgendwas Unklares, was auf jeden Fall bestimmt bei dem einen oder anderen jetzt so sein wird. Kann ich euch empfehlen, guckt euch das Video nochmal an. Ja, guckt euch das Video nochmal an. Wenn ihr es immer noch nicht verstanden habt, Leute, schreibt eure Frage gerne in die Kommentare. Ich bin immer gewillt, euch alle eure Fragen zu beantworten. Ja, und ich weiß nicht, kann ich sonst noch irgendwas dazu sagen? Ja, Leute, wie gesagt, also in diesem Video steckt jetzt sehr, sehr viel Arbeit. Ich habe, glaube ich, jetzt einen kompletten Tag nochmal aufgegeben, nur um das alles fertig zu machen, nochmal drüber zu schauen. Dann gebt dem Video, wie gesagt, einen Daumen hoch, es würde mich sehr freuen. Einfach nochmal, um, ja, keine Ahnung, meine Arbeit zu würdigen, sage ich mal. Ja, ich habe euch alles das weitergegeben, was ihr eigentlich zur Zucht von Pokémon wissen müsst, inklusive diesem Bonus-Material. Schreibt mir auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, ob ihr überhaupt so ein Ditto habt, so ein 6er Ditto. Wenn ich wirklich sehe, viele von euch haben so eins nicht, dann wie gesagt, dann kann ich ja gerne nochmal ein paar 6er Dittos raushauen für euch. Ist gar kein Problem, mit denen ihr dann weiterzüchten könnt. Ich kann euch sagen, mit 6er Dittos züchten, Leute, ist ein Luxus. Das glaubt er mir nicht. Das ist sowas von gut, sowas von episch. Und ja, ich habe zum Beispiel mein Shiny Ditto mit 6DVs von einem Freund bekommen. Der hat mir das aus der 5. Gen RNG'd. Ja, das ist aber auch ganz lustig. Naja, egal, ich will dieses Video jetzt nicht unnötig verlängern. Das Zuchtutorial ist jetzt da, ich habe es versprochen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall auch nochmal euer Feedback in die Kommentare. Also, ich weiß, ich finde den Kontrast jetzt gerade ganz lustig. Ich habe ja am Anfang ganz, 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 ganz viele Theorie gemacht, es ist auch 10 Minuten lang. Jetzt haben wir nochmal schön Praxis gehabt und ich glaube, eigentlich sollte euch jetzt alles klar sein. Ich meine, ich verlinke euch da noch die Videos jetzt rein. In der Beschreibung habt ihr noch die wichtigen Links, die ich euch geben kann auf dem Weg. Und ja, dieses Video hat mir jetzt viel bedeutet. Ich werde mich jetzt dran machen, das nochmal schön zusammenzuschneiden und dann habt ihr das demnächst. Ja, es ist weiter. Na ja, Leute, wie gesagt, haut rein, macht's gut. Ah ja, was ich euch da sagen wollte, genau. Wenn ihr auch irgendwie Promo für dieses Video machen könnt, wäre natürlich auch ganz gut. Vielleicht irgendwie, euren Freunden zeigen, die keine Ahnung von Pokémon haben und so weiter und so fort und damit anfangen wollen. Das sollte noch ein ganz gutes Start sein, glaube ich. Gut, Leute, das war's eigentlich jetzt wirklich. Haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute beim Züchten eurer Pokémon und ganz, ganz viel Glück und Halt, stopp! Ich kann euch noch was erzählen. Stopp, 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 Leute, Leute. Nochmal kleines Bonusmaterial. Ja, ich merke schon, das ist jetzt gerade ganz spontan. Besonders der Teil jetzt am Ende. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr züchtet mit Ditto, dann versucht ausländische Dittos zu nehmen. Ihr seht jetzt zum Beispiel, das ist aus Japan, das ist aus England und nehmt einfach ausländische Dittos oder generell ein Elternpaar sollte aus dem Ausland sein. Die ausländischen Pokémon werden halt immer mit dem Ding da oben jetzt gekennzeichnet. Nehmt eins von denen mit, denn dadurch erhöht ihr auch nochmal die Chance, dass das Baby, was rauskommt, ein Scheinig Pokémon sein kann. Das ist nämlich die Masuda-Methode und keine Ahnung. Ich würde eigentlich immer so reden, wenn ich die Möglichkeit habe, weil ein Scheinig Pokémon, umsonst, was eventuell durch beim Züchten rauskommen kann. Warum nicht? Da habe ich jetzt auch so einige gehabt und es war jedes Mal richtig episch. Vor allen Dingen, weil das dann ein Pokémon war, was sogar 4DVs oder teilweise sogar 5DVs hatte. Ja, also es lohnt sich. Leute, egal. Ich habe genug gelabert. Haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch viel, viel Glück beim Breeden und viel, viel Erfolg beim Züchten und Aufziehen eurer Trophäen-Pokémon und Kampf-Pokémon, sag ich mal. Haut rein! Euer Regi!